Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder ein Mod zu eurem Set. Ja, zu dem City Feuerwehr Auto, ich weiß die Nummer gerade nicht. Ich hatte ja 200 Teile, normal. Mal gucken, ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall gerade drüber. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall drüber, würde ich sagen. Ja, den Sachen habe ich nichts verändern, weil die wäre ich, also das wäre ich irgendwie anders verbaut, aber nicht gerade. Die Minifiguren sind auch die gleichen Minifiguren bei diesen. Also gut. Hier sieht man mal die Teile, die ich raussortiert habe, können wir mal schrittweise durchgehen, was ich getan habe. Wir haben hier erstmal die vier, sieht man ja schon, hier gegen schwarze ausgetauscht, weil finde ich, sieht besser aus als hellgrauen Hersteller, aber das ist an sich ja einfach Geschmackssache. Aber ich habe das Ding einfach ein bisschen nicht verändert, wie es mir besser gefällt. Dann die Platte in grün, ich meine sie hingen irgendwo hier, woher hingen die Platten? Ist die aus dem richtigen Modell ausgerupft? Warte, kurzer Klack. Ja, die Platte haben wir hier unten rausgenommen, habe ich hier unten rausgenommen, ne halt, hier unten rausgenommen, relativ unbichtig, aber da sieht es cleaner aus, also habe ich es ausgetauscht. Genauso wie hier die beiden Stangen, die hier und hier sind, habe ich auch in schwarz gemacht, weil es dunkler ist, keine Ahnung, gefällt mir besser. Dann, leichte Änderung, einfach hier die beiden Roundstats sitzen normalerweise hier drin und hier hinter, die habe ich ausgetauscht, weil die gefällt mir nicht. Soll wahrscheinlich Blinker sein oder Bremslichter, ja, aber ne. Dann die Grillteils habe ich ausgetauscht, gegen graue, weil es mir auch besser gefällt, wo sind die anderen beiden her? Hier vorne auch gegen schwarze, weil es einfach cleaner ausseht. Dann, den habe ich auch irgendwo ausgetauscht, weil er mich da störte gegen normal, ich weiß gerade absolut nicht mal, wo es ist. Auch wie verstört der da nicht ausgetauscht. Dann habe ich auch wieder hier Plates reingebaut, die stehen da zwar ein bisschen rüber, aber man sieht es ja nicht, was da steht. Genauso wie hier und da auch, da sieht es cleaner aus, wenn man drauf guckt, man guckt ja nicht von unten, das ist auch frei. Genauso wie ich hier, hier, hier und hier Fliesen reingepackt habe, weil es auch cleaner aussieht. Ja, hierbei ist jetzt ein Fragepunkt bei meinen Fliesen, die bleiben hier drauf auf den Spiegel. Sind dunkelgrau, ich hätte sie lieber in schwarz dran gepackt, aber ich finde, damit sind Spiegel und nicht nur flach komische Dinge, die irgendwie komisch aussieht. Ja, ähm, die grauen hier, grauen Bricks, ich habe hier ausgetauscht gegen eine Round Plate und zwei 1x1 Plates gestapelt. Finde ich, sieht auch besser aus als die Round Bricks da drin, weil es dann hier eine Form ergibt. Das habe ich ausgetauscht, weil es kackt, außer in der Play, gegen eine Round Plate. Fand ich besser. Joa, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr verändert. Ne, ich glaube, das war eine Veränderung. Gut, Innenraum sind jetzt gelbe Armaturen, weil ich die weißen in ein anderes Modell gepackt habe. Gut. Aber ich finde die weißen und gelben darin fucking fein. Joa, ich habe das hier so gelassen, wie es ist, weil ich wusste nicht, was ich sonst reinbauen sollte. Aber wichtig war mir halt, hier das die Closen, hier die Plates abpacken, die Round Bricks austauschen. Der Rest war dann so ein bisschen, was mir jetzt zwischen beim Bauern so aufgefallen ist. Joa, schreibt mir alle neue Meinungen dazu, was ihr an dem Modell verändert habt. Oder wie ihr die Veränderung von mir findet und lasst ein Like, wenn es dir gefallen hat und ein Abo da, wenn ihr mehr sie wollt. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.